Hallo Schöneider! Freide hier ist euer Saks und heute spielen... Ich hab keine Ahnung wie, aber... hab ich heute festgestellt, spielen wir heute Arie. Ich hab keine Ahnung wie man die spielt. So, erstmal hab ich schon... Ah, Scheitte! Ja! Ich hab mein Anfang Fehler einmal gemacht. Schon wieder gemacht. Also, bedeutet kein Item gekauft. So, erlaub you! Was haben wir denn? Ja, des... des will... Und ja... Juuu, haben wir... Ich werde versuchen... So viel reden wie es geht. Weil, wenn ich konzentriere, dann ist... Scheitte... Okay, helfe ich dir, wenn du musst... Oh, gib dir... Hi! Hallöchen! Ich bin Arie! Du? Mal sehen, wie ich tanze. Oh, sexy. Uuuuund... Ich komm mal. Okay. Mache Erotisch oder... Gefällig! Das kommt drauf! Versuche dein Glück! Wenn du glaubst, du spielst in meiner Liga! Okay! Langsamer wieder pervers! Was haben sie noch? Ah, das ist das gleiche. Ah, das habe ich, glaube ich, ein bisschen gestrickt. Ich kann mir gehen sind, Leute. Haha, leck nicht. Ich weiß, ich bin nicht so guter. Ich habe noch Meisterschan und ich habe die Ari ein bisschen mehr auf Rüstung gegeben. Und eigentlich sollte sie auch völlig stark... Ah, leck mich am Arsch, wirklich. Ich bin nicht so guter. Peiche! Tsch! 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 Bisschen sauber. Geil. Ja, er ist sofort geclashed. Ja, ja. Ich denke, alles, was sich bewegt, gell? Ja. Ich weiß nicht, was macht sie erst. Alter, was ist das? Ah, geil! Geil! Geil doch. Das ist so, wie ich glaube, Nasus bin. Triff ich dann... Aber bei Nasus ist es schlimmer, weil der muss... ... immer weil... ... wenn jemand wird gestorben. Morgana, sein Ernst! Okay. Drei im wildne Scheiße. Ah, nee! PUSH! Ja, sorry, aber... Ich... Ja, okay. Zu spät gesagt, ja klar. Shit! Yeah! Goal! Alter! Denkst du, wenn du kannst, so... ... solche Scheiße... ... mir machen? Denkst du, bist du pro... Ja, gib dir! Ich weiß nicht, was macht diese E-Mine. Ohne Scheiße. Aber weitere... Erzähl mir ein Geheimnis. Ich weiß nicht, was ist der E-Mine. Ich weiß nicht, was ist der E-Mine. Ach, gib dir... ... bin ich... ... irgendwie, ne? Lass uns jetzt mal... ... richtigen Spaß... Ja, der... ... sich verschillt von mir, ne? Ich weiß nicht, was ist der E-Mine. Alter, komm, bist du es? Alter, geil! Der geht zu mir! Der ist wirklich geil. Der verliebt sich nicht mehr an mir. Daneben! Ich hab gewusst! Ich hab sowas von gewusst! Das E-Mine will mich treffen. Eins und eins, ich halte mich schnell. What the fuck is it? Lass uns jetzt mal... ... richtig guten Spaß haben. Oh, ich bin schon Level 6. Geil. Es ist zu spät für Gnade. CW? Was macht die hier? Ah, zu Glück. Scheiße! Scheiße! Die war fast tot. Ich bin ihrer Übergröße. Ich weiß nur, wo die... Ach, die Schande. Ich hätte es gegangen, um irgendwas zu kaufen. Jetzt, äh... Ich glaube, Merkler gegen mich hat keinen Schon, oder was? Deswegen... Ich brauch Hilfe. Na, danke. Tolle Scheiße. Der macht 50... Okay. Mal 10! Was ist die denn für Schalte?! Ein bisschen weiter, ich zu... Schalke, ja... Gut gemacht, beziehungsweise auch. Weil ich ja bei mir, Runden sind glaube ich die meisten Rüstung und magische Resistenz. Und bei diesen ganz großen Runden habe ich... Ich bin erschüttert. Ich mach ein Julio jetzt. Oh, fuck! Nein, ich bitte, ich bitte, ich bitte! Scheiße, fuck, guck mal! Underscheiß, sonst wäre er platt. Kaffe ich das? Und ein bisschen Schuhe, wäre auch nicht schlecht. So! Ah, das ist scheiße als für uns. Aber ich bin nicht gefüttert. Erstmal ein Tod und ein... Ich bin einmal getötet und ich wurde einmal gestorben. Das wollte ich sagen. Also, ich füde nicht. Gott sei Dank. Normalerweise ich füde... Wer hat gefiedert? Vielleicht schon, ja? Das ist schon nicht so... Ja, so positiv. 3 zu 6. Meiner Sicht nackt, das sieht scheiße aus. Das ist schon nicht so... Ich bin ihrer überflüssig. Ich bin ihrer überflüssig. Ich bin ihrer überflüssig. So war das scheiße. Jaaa. Lass uns jetzt mal richtigen Spaß haben. Sollen wir. Ich glaube der eine weiß nicht wie man es jetzt spielt. Ach so geht das ulti. Ist das? Terminiert. Geil. Erzähl mir ein Geheimnis. Ja, du musst erst mal treten, gell? Ich habe meine Kuh sehr stark gezielt. Boah, leck. Das war scheiße. So, ich habe mir gezeigt, dass ich das machen soll. Das habe ich gemacht. Danke. Ach du Scheiße, habe ich doch irgendwas gesehen? Alter, die meine Minions backen so was von? Ich glaube, ich habe mir die ganze Zeit, oder? Okay, ne. Ich habe die Zeit, aber ich habe schon wieder. Doch, ich. Tja, gib dir. Allein kannst du keine Schmerzen, dann holst du immer Hilfe. Warte, was ist das? Ja, Glück gehabt. Ich bin nicht wieder zugegeben. Ich bin nicht mehr zugegeben. Nee, Gegner haben 3 gemacht, scheiße. Da musst du noch mehr aufpassen. Ja, was du nicht sagst, ich weiß doch. Haha, na, ok. Also, jetzt muss ich auch aufhören, kein Blutbar. Ich könnte euch wieder zurückgehen. Ich könnte euch wieder zurückgehen. Ja, hab ich gewusst, Z gibt... Top, Alter. Ja, kurze Chance, was zu kaufen. Das kauf ich jetzt mir. Und ein bisschen Leben, ohne Scheiß. Sonst fertig ich. Und jetzt mach ich noch mehr Scheiß-damage, Parze. Also meinst du, wie wir das so darüber leben? Brauch ich noch. Äh, ich will schon meine Kau, wenn nicht so bedenkt. Ja, okay, nicht viel. Aber was ich hab genommen, das ist wirklich gut. Also das macht auch Schaden. Nice! Das hab ich nicht gewusst. Ah, Zeit zu sehen. Okay, Zeit. So, Lippe! Shit! Fick dich, Z! Alter, hab ich viele Schaden abgedrückt. Vertraut. Ja. Ja, tatsächlich. Das ist gut. Ja, das hat einfach scheinbar vor mir Angst. Ich komm nicht so... Ja, klar. Gib dir. Ja. Denkst du. Wohl. So feige wie du seid ihr, ist niemand. Alter. Jaa. Scheiße, kill kill kill, nein, guck mal hier noch, also wie haben wir das, ich bin gestorben, 3, der geht nicht, ich bin fast, also, ja man, gut, der Schaden haben wir gemacht. Also, das war, muss ich sagen, wirklich gut von uns, also ich kaufe jetzt schon jetzt Schuhe, komplett, das, und, ah ja, das noch, das wird eigentlich ein bisschen Überraschung haben. Geil, aber das war ein ziemlich geiles Spiel, aber ehrlich, kann ich ziemlich gut davon gehen, weil das ist, ich will nicht machen, dieses Spiel für mich ist gut, weil ich weiß nicht, welches Spiel, welches Jumpdown wirklich gut spielt. Ja, zwei Loops, Hilfe, 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 Hilfe. So OP bin ich auch nicht. Fickt euch. Ja, gebt euch. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich schaue dir. so ah lecker, das ist lecker, was ist jetzt los? ja, necks den Drey, habe ich gemacht, necks mich, was ist denn ein Jungler? ah, kacke ich habe keine einzige Drey gemacht, noch nicht, und die haben schon einen zweiten nice da ist einer boah, die haben ein bisschen mies, finde ich so so Soll nicht. Wie verlockend. Ah, Scheiße. Ich hatte doch Heal. Ah, 50. So, das haben wir nicht. Scheiße. Wir verlieren. Aber die sind nicht. Oh, Herr Scheiße. Guck mal. Du bist so bescheuert. Erzähl mir ein Geheim. Tomura zu fighten. Tomura zu fighten, muss man ein Tanki sein. Wirklich Tanki. Dass man kaum Schein bekommt. Ah, guck mal. Ah, ist kein Tink. Oder sowas. Ich weiß nicht, ob überhaupt mehr Errüstung ist. Mal sehen. Ich weiß nicht, wie viel brauche ich Geld. Äh, diese was ich will. Also. Okay. 1,5 habe ich das gehört. So. ... Oh, das sind die Alle? Die machen den Ballen wahrscheinlich, oder? ich habe es geschafft, ihr kriegt euch Alter, nur ich den Beobachten bei der On-Scheiß Was bekierst du? Es stirbt Ops, das war Fehler von mir Fuck, nicht gesagt Ah, scheiße Die Verlocken Die Verlocken Die Ulti macht übertriebenen Schaden Mit Schivan Aber die kann sogar Die Angriffe ausweichen Äh Ja Tipps mal geschwindigkeit ganz schnell die gegner verliere das wird über den ball die geist das kann wir kaufen aber das war schon geiler wie viel haben wir weggerotzt ich komme ich komme im kampf alle gehen mit mir legt mir mal das war geil alles wirklich auch pitchen mann scheiß oh komm ich was macht die blöde shivana da ist sie na komm die haben uns abgehängt glück gehabt ja ja die ja 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 na die haben langsam keine chance die haben bei mir die haben bei mir die alle haben bei mir genommen ja fuck mein ulti hab ich hm ja, gib dir, guck mal du bist echt OP, ich weiß was es ist ah ja klar, wir sind gestorben das war viel von mir ich glaub ich bin dir nur ich einzige, welcher macht gute damage ok und Raven wir sind die einzigen die machen gute damage ja komm Ari komm 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 ran Junge ich werde die Kulti abbauen scheiße fuck, war das zu müde alter ich spiele dir über sowas jetzt nice 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 uuuuuhu geil die ist doch alter wie geil so, mal sehen die vertraust du die werde nie mehr vertrauen wer sollte dir vertrauen Ja, ja, kippt hier. Hallo, Morgana. Ja, bittst. Ja, ja, kippt hier. Alter. Wir halten die aber sowas von uns als Team. Ach du kennst schon. Aah! Scheiße, ich habe Minion getroffen. Sehr gut. Set. Nein. Scheiße Was machen wir denn weiterkennen? Fuck! Das war dumm von mir Das war wirklich dumm von mir Ohne scheiß Leute So Ich konnte mein Leben noch heilen Ich hab gedacht Die Schwanne wird gleich dort Aber Ja passiert Was können wir machen? Push Nein, Push Gut Okay Ich komme Ja Ah, ich bin unterwegs Na Ja Ja, fuck Minion Ich bin unterwegs Ey, ich hab schon Schaden bekommen Was? Ja, wieso Bin Bin Sonja Ah, ich hab geduldet Deswegen Hilfe Ja Fick dich Zed Ich hab jetzt Ich habe jetzt 15, mit der immer verdammt viel Damage Ohne Scheiß So, mein klar, das noch, dann passt es so weit Ah, die fehlen sowas von Die fehlen, die pushen oder was von Die jene war es dabei Ah, eine, geil Baiter Ah, gibt es ja Die nächste kommen in 30 Sekunden. Wie verlockend. Weg. Ach scheiße. Mal schauen. Okay. Ach du Scheiße. Falle! Das war geil. Geh mal. Spiel. Es ist weiter. Und immer. Es wird geil. Ich habe keine Abklingzeit. Das muss ich kaufen noch. Sonst habe ich alles gekauft, was ich wollte leider. Z macht sowieso viel damage. Was begehst du? Ich bin immer noch für Level 6 noch wie Ani. Aber gib mir wieder sowas von. Ja. Shit. Ja. 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 Schuss. Ich bin immer noch ein bisschen. Ich bin immer noch ein bisschen. Ich bin immer noch ein bisschen. Schon wieder Aber den Trey macht übertrieben viel Damage ohne Scheiß Ja So Alter wie der kam es echt knapp bin ich Erzähl mir ein Geheimnis Ach du Schande Jaaa Glück gehabt Lass raus gehen Lass raus gehen Lass raus gehen Jaaa Heils wahr hör auf zu pinnen Oh ne Scheiß Das mach ich bloß Jaaa Junge er geht zu mir auf den Piss Meine Fresse Hatte ja nichts besser als pinnen zu tun Ja Mach weiter weiter Ja Geil Nächste Tum Weiter Ja Wie viel gewinnen wir Ja 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 Kacke Ja haben wir gewonnen Leute Boah das war echt geiles Spiel Wow Das war neu Wie viel gewonnen Und ziemlich geil Wie sieht das aus Ja das ist bewegstig Das habe ich mit dieser Episode geändert Ja das ist geil So Leute das war's Und willkommen sehen uns im nächsten Mal Tschau